Es gibt ca. 400 Brandtote und 6000 Brandverletzte mit langfristigen Nachzeitschäden pro Jahr. 95% fallen den Brandgasen zum Opfer, nicht in Flammen. 70% der Opfer werden nachts im Schlaf von einem Brand überrascht. Sie sehen, Brandschutz ist ein wichtiges Thema, das jeden von uns betrifft. Die große Gefahr bei einem Brand sind nicht die Flammen, sondern der Rauch. Vor allem nachts sind Brände gefährlich, denn wenn sie schlafen, schläft auch ihr Geruchssinn. Die Opfer werden im Schlaf überrascht und bemerken die gefährlichen Brandgase gar nicht, die sich im ganzen Haus ausbreiten. Der laute Alarm der Rauchwarnmelder alarmiert sie rechtzeitig, damit sie sich und ihre Familie in Sicherheit bringen können. Der Gesetzgeber hat die lebensrettende Funktion von Rauchwarnmeldern erkannt. Mittlerweile gibt es in allen Bundesländern eine Rauchmelderpflicht. Details dazu finden Sie im Schnellcheck auf der Seite abus.com. Bitte achten Sie beim Kauf von Rauchwarnmeldern immer auf die Prüfzeichen von VDS, DIN, CRIWARN oder Q-Label. Produkte, die mit diesem Prüfzeichen zertifiziert sind, wurden unter realen Bedingungen getestet und für gut befunden. Wichtig sind außerdem die Warnfunktion bei schwacher Batterie und der Testknopf zur Funktionsüberprüfung. Wenn Sie Ihren Rauchwarnmelder anbringen, achten Sie bitte unbedingt auf folgende Punkte, damit die Funktion nicht eingeschränkt wird. Montieren Sie die Melder möglichst mittig im Raum an der Decke. Rund um den Rauchmelder muss der Abstand zu Wänden oder Gegenständen mindestens 50 cm betragen. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl an Geräten. Für 60 Quadratmeter ist gemäß DIN mindestens ein Rauchmelder erforderlich. In Kinderzimmern, Schlafzimmern und den Fluren müssen Rauchwarnmelder angebracht werden, um den Mindestschutz zu erhalten. Optimal ist es, wenn Sie auch das Wohnzimmer den Dachboden oder aber den Keller mit absichern. Für diese Räume eignen sich normale optische Rauchwarnmelder. Rauchmelder mit Hitze-Warnfunktion können Sie in der Küche anbringen. Zusätzlich zu der optischen Rauchmessung wird hier die Temperaturveränderung analysiert. Für maximale Sicherheit gibt es Funk-Rauchwarnmelder, die miteinander vernetzt sind. Im Brandfall wird der Alarm vom auslösenden Rauchmelder automatisch per Funk an alle anderen Melder weitergeleitet. Wichtig ist auch die richtige Pflege und Wartung der Rauchwarnmelder, um sicherzugehen, dass sie im Brandfall tatsächlich funktionieren. Prüfen Sie Ihre Rauchmelder mindestens einmal pro Jahr auf korrekte Funktionalität. Reinigen Sie regelmäßig die Luftschlitze, damit diese nicht verstauben. Schließen Sie mechanische Beschädigungen aus. Zum weiteren Schutz empfehlen wir Ihnen Feuerlöschspray für zu Hause oder unterwegs, mit dem Sie Entstehungsbrände schnell, einfach und sicher löschen können. Kohlenmonoxid-Warnmelder warnen mit lautstarkem Alarm, wenn die Konzentration an Kohlenmonoxid im Raum über das normale Maß steigt. Alle Informationen zum Thema finden Sie unter abus.com slash Brandschutz. Schützen Sie sich und Ihre Familie.